Musik Die neuesten Entwicklungen in der Wasserstrahltechnologie hautnah erleben. Das stand im Mittelpunkt vom dritten STM Innovationstag in Eben im Pongau. Mehr als 130 geladene Gäste ließen sich diese Chance nicht entgehen. Bot dieses Get-Together für alle an der Wasserstrahltechnologie Interessierten zudem doch eine Vielzahl an Gesprächspartnern, um intensiv zu netzwerten. Ein Highlight waren natürlich auch die Vorträge über die aktuellen Produktinnovationen im Hause STM. Innovation ist sehr wichtig, gerade für eine Firma wie wir. Wir können von den Lohnkosten her nicht bestehen, wenn wir konkurrieren müssen über den Preis. Wir können nur über die Qualität und über die Innovationen konkurrenzieren. Das heißt, wir müssen unseren Kunden einen Mehrwert bieten zum gleichen Preis, sonst können wir in Österreich nicht produzieren. Und die Neuerungen, die wir da gerade vorstellen, sind ein Abrasiv-Recycling-System, das immerhin 50 Prozent des Abrasivs, das aus dem Becken rauspumpt wird, wieder zum Schneiden verwendbar machen. Das ist einerseits ökologisch und ökonomisch. Das heißt, ein Recycling-System amortisiert sich innerhalb von drei Jahren, was für den Kunden sehr wichtig ist und vermeidet natürlich Abfall. Das Zweite ist eine Hochdruckpumpe, die sehr effizient arbeitet, mit einem Frequenzumrichter startet, sie wenig Strom braucht und geringe Druckschwankungen hat und auch den Kunden einfach erfolgreicher macht mit dem Produkt. Und last but not least, die Software, die einerseits sehr einfach zu bedienen ist, aber auch gerade jetzt im Fünfachsbereich, also sehr komplexe Dinge zu schneiden, sehr gut ist. Es ist jetzt weiterentwickelt worden in Richtung 6x. Der STM Innovationsgeist ist immer auch geprägt vom Nachhaltigkeitsgedanken. Natürlich, Energieeffizienz ist in aller Munde, keine Frage. Und auch wir müssen uns natürlich dieser Thematik stellen und sind aufgrund der Tatsache, dass wir halt auch unsere Komponenten selbst weiterentwickeln mit unseren Zulieferern zusammen, sind wir einfach in der Lage, auch diesen Punkt abdecken zu können. Die Anforderungen werden ja immer größer. Die Anforderungen werden immer größer. Man muss sich natürlich mit den Marktanforderungen immer weiterentwickeln. Und das haben wir die letzten 20 Jahre schon gemacht und das werden wir in Zukunft natürlich auch tun. Was das Thema Nachhaltigkeit angeht, hat die Pongauer Firma im Jahr 2016 den Markt mit dem sogenannten One-Clean-System revolutioniert. Dieses integrierte Modulsystem zur vollautomatischen Wiederaufbereitung von Wasser und Abrasiv wird die Zukunft in vielen Betrieben bestimmen. Am Innovationstag konnte man sich darüber intensiv informieren. Die Umweltauflagen, die werden in Deutschland immer höher. Das heißt also, die Abwassersituation ist hier ganz neu. Und die Beschaffung der Ressourcen wird immer schwieriger. Das ist einfach international ein Problem. Und wenn man das im Haus hat, spart man einfach Ressourcen. Das heißt, das Thema One-Clean ist heute großgeschrieben auch bei euch? Absolut, absolut. Das ist eigentlich eines der entscheidenden Sachen, warum wir auch hier sind. Belagert wurde aber nicht nur das One-Clean-System, sondern auch alle anderen Anlagen. Für uns ist es ganz interessant und vor allem, weil wir ja schon seit vier Jahren eine Anlage haben und wir interessieren uns auch für das 3D-Schneiden, weil immer mehr da die Anforderungen auch von unseren Kunden herkommen. Und da wollen wir einfach wissen, was es Neues gibt. Ich habe das System jetzt schon mittlerweile zehn Jahre meins und die Entwicklungsschritte, die sich daran getan haben, sind enorm. Und wir werden jetzt wieder auf ein neues System umsteigen im Jahr 2018 und ich bin von dem absolut überzeugt.